Hehehe Also was? Bebringt nicht viel Merchst du auch grad Du musst ihn hier zu diesen... musst du gucken hier oben Ja, Dieter Oh, ich geh jetzt nicht hier Hier musst du ihn hinlocken Komm her zu mir hier laufen Ja, geht grad nicht, ich hab grad ein ziemliches Rippenproblem Achso Komm her So Genau Warte Hier, guck mal hier vorne, siehst du das? Warte Warte, musst du gucken hier vorne Zack Achso Warte Schieß drauf, schieß drauf, egal auf mich Schieß, schieß, schieß So Hier hinten sind nur zwei So Ich mach die und du machst die nächsten Achso, okay, dann machst du die, das wird zu früh Warte Warte, ich mach den hier So Zack, jetzt hab ich ihn aber erwischt Zack Er lebt noch, das ist, das war nur Anfang So schnell stirbt So schnell stirbt er nicht � dun 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 Und dann然後 dann dann ... Wo bist du? Da hinten bist du Ach, der kommt zu mir Au Na, komm her, du Pussy, du. Komm her. Na, renn doch nicht wieder weg hier, hallo. Nee, das war zu früh. So, jetzt sitzt, oder? Nee, scheiße. So. Genau, jetzt, jetzt kannst du gleich hinrennen, warte, 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 jetzt. Dreieck drücken. Haha, kickst die ihm gleich. Ich kann da jetzt noch leben. Wohin denn, wohin denn, wohin denn? Komm hier, zu mir, zu mir, zu mir, genau. Oh, scheiße. So. Jetzt aber, mein Freund. Bomb. Bomb. Und da drin. Weggeflutscht, das hab ich in mir. Okay, mit mir auch. Ich bin. Ich komme. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Aber ich habe etwas gefunden. Ich habe... Aber ich habe etwas gefunden. Bspw。 das hat mir vor uns gefühlt die schrift die dlcs dinge machen wir jetzt noch ne ja die machen wir auch gleich aber die machen wir einzeln oder also machst du pause beenden also machst du jetzt erst pause oder gleich im anschluss jetzt gleich mit ihm und schluss jetzt haben wir gleich mit dran ich kriege sowieso ärger wieder wegen der musik okay die erlaubnis ja bis das aber eintrifft die erlaubnis ist das video gesperrt jetzt wissen die doch aber immerhin geschickt hast wird nicht registriert so ja wenn wir jetzt wie gesagt wir machen so schnell die dlcs weil wir jetzt gerade die schrift abgebrochen kann ja nicht machen es steht nicht irgendwie abbrechen oder so wir hätten die dlcs vorm abschluss machen sollen weil bestimmt da keine schrift kommt zum schluss nö das ist doch doch so ein video kommt warte mal kann nur und spielt werden damit du ein alternatives ende erleben kannst außerdem ist da draußen wieder vier aufträge bei mir sind es drei ich kann jetzt noch mal den dreikampf machen macht doch noch mal dreikampf dann machen wir noch mal mit dem flugzeug und gucken ob da denn noch eine andere mission kommt weil das weiß ich nicht aber ich glaube das mit den aliens war das war ich habe jetzt ein problem weil ach ja stimmt vor uns stand irgendwas mit film dort okay okay dann würde ich sagen machen wir hier mal noch das ach so da ich habe noch schnell was gekauft wüssten du schrägst du mein leben warum ich zum austauschen ich sehe dich was immer im kreisrand ich bin hinter dir kann ich auch packt um schnapp dir mal ein auto doch nicht kommen ja nicht aber da vorne ist die straße die straße kommt ja kaum ein auto lang ich habe jetzt ultimative rennpower kann jetzt so viel rennen wie ich will ja da kommt da kommt was da kommt was wieso steigt es ist meiner bescheuert ich war vor dir drinnen du springste rin ich war auf der beifahrerseite in dem umblick springst du rin und dann steckt meine aus es war bescheuert taxi mit nitro taxi taxi da könnte ich den oma wieder angucken ich habe jetzt nicht wo Wow! Auch Genkai ist doch dieses mit diesen... ...mit dieser Arena... Eeeeeeeeein! ...mit dieser Arena... 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 ...GENKIBOL 7! Ich bin Zack... ...und ihr alle kennt meinen Tag Team Partner Bobby. Bobby, die vorherigen GenkaiBolls... ...hier hatten keine Lacken von Überrasen. ...mit dieser Ansthäre... ...Zack, und dieses Jahr wird nichts anderes. Verkauf, schweig und Spaß... ...wurde nur ein großer Teil von allen GenkaiBoll. Und der Genieus ManCat... ... hat eine spannende Liste... ...de die nie vorher gesehen haben... ... das promised... ...to be even deadlierer... ...than anything we've ever seen before. Oh, hey... ...worse than the Grizzly Bear Rodeo... ...from GenkaiBoll 4? ...er is absolutely... ...no doubt about it. Wow, I'm actually... ...salivating. Oh my goodness. And as an added bonus Bobby... ...we've just learned... ...that the leader of the 3rd Street Saints... ...will be taking part in today's festivities. ...Think they can keep the winning streak going, huh? We're about to find out. The games are gonna begin... ...so let's get down there. And when I say down... es ist geil oder ja ich finde es geil du kannst sagen was du willst ich finde es so geil weil die Zwischensequenzen sind echt gut gemacht ja das ist die Pistole von dir wie ist die Pistole von mir das ist die Heilpistole ich hab doch keine Heilpistole die wir jetzt unendlich haben das war schon das war wieder nicht hier ist ein Panda hast du gerade abgeschossen oder? ne 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 so warte ich gehe hier rechts lang du hier ist links hier ist ein Riesendildo ach so den Heiko so boah ey du Pussi bumm was bist du ja mensch wieder duckt der sich nicht tak oh so fuck 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 halt da ist schelter 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 hä du bist hier oben lang ich mich nicht lang soll einfach irgendwo lang wir müssen hier einfach quer durch wir müssen die ziele erreichen wo bist du denn hin so jetzt haben wir es da war ich ihn war in Vielen Dank.